Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video hier auf Cabin in Cockpit, heute ausnahmsweise mal auf Deutsch. Ich bin gerade auf dem Weg Richtung Frankfurt und was genau ich dort heute machen werde, das erklärt euch jetzt der Felix, den treffe ich dort. Ja, wir sind jetzt hier bei der Deutschen Flugsicherung angekommen, in Langen. Wir wurden eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen von verschiedenen Sachen, zum Beispiel hier sitzen wir jetzt aktuell im Center Simulator. Da werdet ihr gleich sicherlich noch ein paar Takes zu sehen. Ja, und ich denke mal, Tower Simulator haben wir auch ein paar Aufnahmen und ich hoffe, euch gefällt es soweit. Ja, vor zwei Wochen waren der Felix und ich zusammen in Langen bei der Deutschen Flugsicherung und haben dort mehrere Spotterpiloten und Fluglotsen getroffen. Wir haben uns anfangs alle mit unserem Instagram Account vorgestellt, dann gab es Pizza für alle und dann hatten wir etwas Zeit, so ein bisschen miteinander zu reden, Informationen auszutauschen und uns alle so ein bisschen besser kennenzulernen. Danach wurde uns der Campus gezeigt und man muss schon sagen, das ist ein sehr, sehr großes Gelände. Dort befinden sich auch die Center Lotsen, unter anderem werden dann auch dort die neuen Fluglotsen ausgebildet und dort werden auch neue Techniken entwickelt, um halt einfach den Fluglotsen Arbeit abzunehmen und die Luftfahrt sicherer zu machen, wie sie jetzt sowieso schon ist und das ist einfach ein riesiges Areal, wo das Ganze drauf stattfindet. Nachdem wir dann den ganzen Campus gesehen hatten, sind wir dann in den 360 Grad Tower der Flugsicherung gegangen. Dort werden die neuen Fluglotsen ausgebildet und man kann dort alle möglichen Situationen simulieren und nachspielen, damit man einfach später im Berufsleben auf, ich sag mal, nahezu alles gewappnet ist. Es ist echt unglaublich, wenn man da drin ist, hat man das Gefühl, man würde in einem echten Tower sein. Man guckt zwar auf Leinwände, aber man nimmt das gar nicht wahr, dadurch, dass man sich so umgucken kann, wirkt das alles total real. Auch diese Displays und so, das ist alles eins zu eins nachgebaut und sorgt einfach dafür, dass man ein unbeschreibliches Gefühl eigentlich da drin hat, wie wenn man halt in einem richtigen Tower wäre. Ja, nachdem wir dann in den 360 Grad Tower waren, sind wir dann in den Center Simulator gegangen. Dort werden dann die Center Lotsen ausgebildet bei der Flugsicherung und ich finde das einfach erstaunlich, was man dort alles gesehen hat. Die ganzen Informationen, die dort zusammenkommen und die dann an die Piloten auch weitergegeben werden und auf was die dort alles achten müssen und so. Das ist schon sehr interessant, meiner Meinung nach und fand ich auch sehr spannend, da zuzuschauen. Falls ihr euch schon mal überlegt habt, vielleicht Fluglotse zu werden, habe ich da noch ein paar interessante Informationen für euch, die euch vielleicht bei eurer Entscheidung helfen können. Und zwar geht die Ausbildung als Fluglotse nur anderthalb Jahre theoretisch und im Simulator, bis man dann tatsächlich mit dem Training im Beruf weitermacht. Dieses Gerücht, dass man ein Abitur braucht mit einem Superschnitt, das stimmt auch nicht. Also es gibt tatsächlich auch Fluglots mit einem schlechteren Schnitt, das heißt man braucht kein 1-Kommaschnitt, man braucht auch kein 2-Kommaschnitt. Man muss einfach nur den Aufnahmetest bestehen und wenn man diesen besteht, dann hat man alle Fähigkeiten dazu, Fluglotse zu werden. Das Einzige, was ihr mitbringen müsst, ist einfach, dass ihr flüssig Englisch reden könnt und einfach auch offen seid für die Sachen, die auf euch zukommen. Und dann stehen euch sehr, sehr viele Türen damit einfach schon offen auf dem Weg zum Fluglotse. So, der Tag ist jetzt vorbei. Einige gute Leute kennengelernt. Den hier kennen mit Sicherheit viele von euch. Pascal, Ironius Germany. Ja, wie fandst du den Tag soweit? Sehr interessant. Also mal ein paar interessante Einblicke bekommen, wie die Leute hier ausgebildet werden. Und gerade der Simulator ist natürlich eine hochinteressante Sache. Macht schon Laune, sich das mal anzuschauen und ist, glaube ich, ein cooler Platz, wo man mal seine Ausbildung angehen kann, weil man da Bock drauf hat. Und es war sehr interessant, das mal von der anderen Seite zu sehen, mal die Leute zu sehen, die auf der anderen Seite des Mikrofonks hängen. War das jetzt so auch dein Highlight der Simulator unter anderem oder was hat dich heute besonders fasziniert? Der Simulator ist schon was sehr spitzhelliges. Macht schon Spaß. Ist schon sehr cool. Aber auch ansonsten ist es schon ein schöner Campus. Kann man sich, glaube ich, ganz gut wohlfühlen. Das ist eine große Fläche, ein großes Gebäude. Aber der Simulator war schon das Beste. Es hat schon am meisten Spaß gemacht. Könntest du dir das auch mal vorstellen, sowas mal zu machen als Job oder eher so weniger? Ja, ich glaube, ich fahre schon ganz gut damit, das Ding dann zu fliegen. Aber es ist natürlich trotzdem ein sehr interessantes Gebiet, aber so einen Simulator hätte ich gerne zu Hause. Also für zwischendurch ist es, glaube ich, mal ganz lustig, ja. Ja, dann brauchst du nur ein großes Wohnzimmer, dann geht das schon, ne? Ja, mal schauen. Vielleicht in der Zukunft, ne? Mal schauen, ja. Ja, dann. Auf jeden Fall noch gutes Gelegen heute und vielleicht sieht man sich nochmal. Ja, schönen Tag. Danke. Danke, ciao. Ja, das war es jetzt auch schon mit unserem Video von unserem Tag bei der Deutschen Flugsicherung in Langen. Ich hoffe, ihr habt da ein paar interessante Einblicke bekommen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zur Ausbildung bei der Flugsicherung oder sonst irgendwas, schreibt es einfach in die Kommentare oder guckt auf karriere.dfs.de. Dort findet ihr auch nochmal alle möglichen Informationen, die ihr braucht zur Ausbildung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, habt ein schönes Wochenende. Bis dann.